sehr gut dass es so geklappt hat einwandfrei und hoch und hoch ja da unten war eine blume na klar und wir kriegen eine neue fähigkeit stift kann reden sehr geil ah guck mal ja das ist geil das ist sehr geil im im ok und sagt man dass unser stift so wie ein stift ach ne wie geil jetzt können wir wasser machen ach geil ja ne ja ne geil und ja es ist nicht nur cool das ist super geil hat geklappt hast rein ne das wird so nicht klappen ein bisschen höher so und ein bisschen mit hüpfen dann geht das oh wie weit geht das ne guck mal ob das klappt ja gleich auf das erste mal heftig hätte ich nicht gedacht erstmal gehen wir da rüber ist ja klar siehst du mal da sind wir schon da siehst du mal da sind wir schon da mhm ähm was willst du mir damit sagen die ist bekloppt die alte ne ich muss das ding auch hier rein kriegen denke ich ach so das ist ein stein mir das auch tragen kann nein oh zack und zack und sie an der ding ne ne ist der weh hm du packst es gar nicht an und ja du bist der boss du bist boss wenn du ne ach ja ok 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 zack 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 ah ne falsch oder doch ich weiß es nicht machen wir mal und zack und ja nein nein wie geil ich feiere ach du scheiße ja alles klar ich hab's verstanden oder nicht mehr ich hab's doch noch nicht irgendwie weit genug du das ja ne, nicht, muss da rein ja, geil sehr, sehr geil so ja, das ist ja, da gibt es ja nichts los ja boah alter der hat es da war nicht keine Ruhe drauf, Mini oh wie geil und jiu zack wohin ich gehe nach rechts ich denke, es geht immer so, oder? ja zumindest oft so geil, wie das aussieht schon ähm, ah nein so, nochmal nein das war leider nicht ganz so gut, es war ein bisschen zu knapp wir machen das erstmal und dann zack und ab die Post kommst du mir hier wie ein Junge wie ein Junge ja so macht's der Boss, Junge guck zu Kapitel 4 das zweite Level der große Fall und da sind wir wieder ja, ich hab's gibt, ja warum kann der nicht schwimmen? ja, okay, hier ist das Wasser jetzt mal stark, aber er kann doch ziemlich schwimmen lass uns selber das war drauf und juhu lalala seit wann sind eigentlich Höhlen warm? ich kenne keine warmen Höhlen außer da Brennfeuer oh, oh, nein nein, geh wieder nein, der Idiot ist runtergefallen ich weiß, was ich jetzt mache ich brauche mir so ein so eine Wildwasserbahn da kann man immer so da ist doch immer vorne so ein Schutz, oder nicht juhu wenn das klappt, ne wir werden eh kippen ja oh, oh, oh das klappt jo nein, geh wieder ja, geil wie geil ja ja jetzt noch hier und so es ist geklappt siehst du mal das ist realitätsnah wir haben wieder eine Blume oh woher müssen wir oh wo ja schnapp dann schnapp dir mal das Ding Aua Junge nicht so Moment und ja sehr gut und jetzt ähm hab ich durch ja nein, es ist zu kurz schön, dass wir das übrigens auch wieder löschen können, so zu sagen, also stoppen können, so muss man ja sagen so, wir machen heute mal die Stunde voll einfach so, ich weiß nicht, warum hab heute einfach mal Bock auf die Überlänge zu bringen achten ich 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 nicht ja, waren wir schon viel zu weit muss ja nicht gleichzeitige noch abspringen bleiben wir ziemlich weit vorne okay 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 alles gut, Max, sag ich dich nach vorne, Kopf auf die Knie ja, wie soll ich das denn machen, Junge? also ich weiß nicht nein Mist, was soll ich wissen? ja wo soll ich wissen, dass das dann nochmal schnell wird da muss ich das ja okay, ich muss also abspringen und das nach rechts baumeln lassen also, dass es nach links baumelt, also nach rechts fallen lassen bei rechts ausfallen lassen, so ja, oh no ah, nein, nein, das sagt sogar alles ja, wer ist, der muss super super alter achten boah, ich kann wieder ich hol mir den Schnupfen ah nein aua was gibt's hier ich will eigentlich das genau ähm fall ich da rein? ja ja ach, dahinter war noch okay, ich dachte, da kann man noch drauf und ich dachte mal wieder falsch denn ich muss hier lang ja ja wenn man's kann wenn man's kann wenn man's kann oh will ich's loslassen? jo fast ah, tolle Wurst ah ja und jetzt hier zack jetzt müssen wir ihn schwingen lassen ne, nicht ganz so hoch das geht nicht muss er hier abschneiden irgendwie dann war schon wieder zu weit ach du scheiße ich soll ihn das machen ach du scheiße, ich soll ihn das machen hm hm alter es klappt doch nicht so einfach aber man kann jawoll 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 holen so ist das okay zack 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 und los geht's und los geht's ja ja nein ganz knapp ganz knappe geschichte meine wir machen das ein bisschen höher ja Alter, war das knapp. Alter. Nee. Das wäre jetzt auch noch drauf. Oder kann ich das Ding so weit ziehen? Nein, ich muss hier runter. Nein! Knall. Alter. Was? Ach, da oben. Ich dachte, da unten. Ja, da oben, jetzt hab ich's gesehen. Ja, was selbst? Hä? Moment mal, es ist doch... Ja, 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 ja. Das muss gehen, wenn das nicht geht. So nicht. So. So. Nein, ich treff... Mist. Hab den Haken nicht getroffen. Also das, ja. Ja, fast. Nein, noch nicht. Das ist echt nicht leicht, mit dem Stift so schnell umzugehen. Boah, was? Sie verarschen! Ja. Zack. Ja. 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 Was ist denn das? Jetzt kann ich nicht mal mehr das, oder wie? Das kann ja nicht sein. Jetzt reicht es einfach mal schon alleine. Läuft bei euch. Na? Na?